Willkommen im Static, dem heißesten Tanzclub in ganz New York. Hier wird fünf Nächte die Woche gefeiert. Wieso lässt du mich nicht tanzen? Hier tanzt man anders als auf den Straßen von New Orleans. Wow, das sieht nach einem Herausforderer aus. Ich brauche Tate! Aus dem Weg! Cool, oder? Seid ihr bereit für ein bisschen Action? Du springst da hoch und lässt dich durch nichts unterkriegen. Da gehört echt was dazu. Naja, wenn du meinst. Ich bin Dani. Ah ja. Wir sind ein gutes Tanzpaar. Und vielleicht nicht nur das. Hey, ich kenn dich doch gar nicht. Die schicken dich zurück nach Japan. Finger weg von meiner Schwester. Du bist erst seit heute hier und baust schon Scheiße. Die Sache zwischen ihrem Bruder und dir geht mir am Arsch vorbei. Lass die Finger von der Kleinen. Keine Chance. Würde ich dir sehr fehlen, wenn ich wieder nach Japan müsste? Mehr als du denkst. Du sprichst ja nur noch von diesem Donny. Das stimmt nicht. Äh, doch. Das stimmt. Du hast eine Chance. Vermasse sie nicht. Du hast mich sehr beeindruckt. Wenn ich ehrlich bin, hab ich nur für dich getanzt.